So und willkommen zurück zum zweiten Part von MeinSie. Ja, alle wichtigen Infos findet ihr im ersten Teil. Ich darf heute die Anmoderation machen. Das ist Mr. Star Wars und jetzt werden wir spawnen gehen. Ach, meinst du? Ja, also warte, warte, wie war das? Mein Set Spawn. Bin... Spawn. Okay. Wüste. Ich bin dir nachgespawnt, also hoffentlich. Ja, ich bin auch in der Wüste, warte mal. Ähm, minus 1400. Minus 1600. Ähm, und 391. 435. 435? Ich laufe mal grad zu 1400. 435 ist bei mir aber, glaub ich, im Wasser, ne? Ne. Also, ähm, 1000... Warte, 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 warte. Ich bin jetzt 1500. Minus. Minus 1500, okay, warte, komm. Da vorne bist du, da vorne. Eier. Eier, was, Eier? Hallo, ich bin gerannt. Boah, Digga, ich muss schon wieder passen. Okay, komm, da hinten ist es an. Da hinten ist ein Gebäude. Sorry, da hinten ist ein Gebäude. Wo? Kann man das gar nicht vorstellen, das in der Wüste Zombies. Nein, das passt nicht. Das ist eine Wüste, verdammt. Ich mach mein F3. Doch, ich lass das an. Nein, ich mach es aus. Ich lass das an. Aus, aus, aus. Oh, Mann, Gott, ey. Wuuuuiiii. Yay. War mir da... Ja, wir sind grad... Oh, sorry. Wir sind grad ein bisschen geil drauf. Aber nur ein bisschen. Ja, weil wir grad ein paar Outtakes hatten. Ey, die waren aber zufällig aufgenommen. Ja, wir haben irgendwie nach dem zehnten Versuch anmoderat... Kiste! Och, ich dachte, das ist ein Ging, das bist du. Äh... Kiste! Pass auf, wegen... Schneeball. Okay, ich hab fünf Pfeile, du hast einen Schneeball. Wir sind die Pfeil-Schneeball-Gang. Nee, wir sind die T-Lichter-Gang von... In oben. Kiste! Wir sind die T-Lichter-Gang von... Großenrot. Wir sind die T-Lichter-Gang von... Nee, die T-Licht macht ja von... Kiste! Zombies! Oh. Fünf Pfeile, geil. Kiste! Oh, der hab ich übersehen. Zombies! Ah, du kriegst hier den Lack, ey. Ja, immer bei mir. Ich glaub's, ich kriege... Oh, ich krieg grad so ein Halschfall runter. Wie? Loll? Loll, der hat ein Halschwert bis nach hier hinten geschaffen! Oh, mein Gott, ich hab Wart'n'Flash. Ja, ich hab das Halschwert, dass er weggekriegt. Hauptsache, ich durchsuche alle Kisten, er kriegt nichts und... Also... Komm runter, komm runter, komm runter. Und du machst eine Kiste auf dem Kiste von Zombie ab. Ja, Mann. Komm runter, ich versuch nochmal hier hoch, weil hier sieht's auch noch geil aus. Na, stimmt. Aber kommst du ja noch. Nee, 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 nee. Nee, hier waren wir ja schon. Ähm, sorry für meine schlechte Gesang-Sage. Deine Dummheit? Ja, das hast du. Ich hab gesagt, schlechte Gesang-Sage. Hier ist ein Weg, ne? Komm mit, Weg. Ach, wo, 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 wo? Was? In den Gang gibt's nicht, Aküter. Aber sicher. Irgendwann bestimmt. Aber mit so... Oh, zum Glück war das nur das Thema. Loll, da hinten. Lass uns hingehen. Oh mein Gott, Laterne. Ich hab Angst. Laterne. Wir sind alleine. Alleine, alleine. Alleine in der Wüste. Wir sind alleine, alleine. Alleine, alleine. Wir sind alleine. Weißt du, wir zwei Leute sind, wir sind allein. Mach auf, links, links. Warte. Alleine. Hm. Oh, sorry. Hätte ich schlagen. Habt ihr gesehen, wie jetzt zu dumm war, den Berg hochzupfen? Das müssen wir gleich nochmal in Slow-Mo abspielen. Warte, bleib stehen, bleib stehen. Und jetzt. Jetzt in Slow-Mo. Warte, wenn das Schnipsen kommt, das mag ich ja so gerne. Warte, warte, nochmal. Ein anderer Finger. Ach, egal. Jetzt. Bip. Jetzt kommt's in Slow-Mo wie der Zombie dann die Pferde. Mal so hochzupfen. Okay. Okay, Slow-Mo. Slow-Mo wieder aus. Ich will looten, gib mir die coolen Kisten und dieser nimmst du den Zombie. Ich renne die Welt nach oben. Äh, geradeaus durch, ein Spieler. Afka. Unschwert. Näm. Pass auf, dass du mich nicht schlägst, Mann. Er hat keine Chance. Aua. Pass auf. Oh, 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 oh. Oh, ich blute noch nicht. Hast du bis jetzt Blutung? Nö. Warte. Äh, nö. Wenn der blutet, ne? Der ist nicht verletzt, der hat seine Tage. Höh. Höh. Alter, wie sicher wir schon wieder hier reingehen, ne? Vorhin erst mal vor der Sneak-Mode und jetzt schon wieder vor der Ober-Pro, oder? Ja, ja, vorhin haben wir schon wieder... Ah, ich hab Angst. Oh mein Gott, ich falle... Oh mein Gott. Lass jetzt runter? Ne. Versuch's gar nicht erst. Das Ding hat vorhin keine Kästen. Oh, Player! Player! Gib ihm! Ich, äh, Bandage, Bandage. Leute, wo ist er hin? Da. Hinter dir. Gib ihm! Lass ihn laufen. Lass ihn laufen. Aber wir haben kein Phrasen! Ja, dann gib ihm. Springen, springen, da geht's besser. Alter. Ach, lass ihn einfach, lass ihn, ey. Da drüben ist ein Gebäude, komm mit. Da. Aber nicht mehr sprinten, ich hab nur noch irgendwie... Viereinhalb. Ich hab hier... Hier, Rotten Flasch hab ich. Ja, danke, will ich nicht. Ich schon. Doch, noch nicht. Boah, jetzt hab ich meine Kack-Bandage... Komm! Kommst du mal? Jaja, ich darf ja nicht rennen. Ich... Ich piss erst mal kurz hier an den Baum, warte. Vor allem an den Baum. An den Baum. Ja, was gibt's mir sonst Baumiges? Soll ich hier mich an Kaktus stüren? Ja, sicher! Ich sehe die Kiste, ich will sie! Dann... War das eine Kiste oder Holz? Okay, nicht mehr sprinten, meine Kiste. Bin zuerst an der Kiste. Nein, nein, nein! Er hat alles! Guck mal, ein Wasserbecken. Guck mal, auffüllen. Ich glaube, du hast irgendwelchen Effekte, weil... Du hast irgendwelche Effekte. Keine Ahnung. Nee, ich hab keine Effekte. Achso, hast du dich auch gefüllt? Ähm, ja, warte mal. Ich stelle mich mal kurz hier oben wie so eine coole Statuette hin. Mit meinem Schwert, Stolz in der Hand und gepissen. Ich, ich biete. Uh, 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 uh. Ich biete ihn mal so lange an, ne? Äh, biete, ich biete ihn an für den Verkauf. Hör, Spieler! Oh, ich... Hat er echt was ringern lassen? Mah! Guck mal, wie blöd der ist, ey. Huch. Mah, wie lange ist er auf K, ey. Ich muss was essen. So, bin ich da. Nirgends. Ah, da ist ein Spieler, heißt McDebury. Ähm, du hast so komische Effekte, ne? Ja, weil ich was esse. Ah, okay. Ähm, ähm, fällt dir übrigens gerade ein über... Irgendwas müssen wir ja übrigens labern, während wir uns hier den Arsch aufreißen. Äh, hö, hö. Nein, aber... Mein Arsch, uuuuii. Wegen A mal 3, du meintest ja, du wirst dir den nur, wenn Daisy rauskommt, ne? Ja, genau. Da gibt's schon so was, das heißt Wasteland, das ist Daisy ohne Zombies, das heißt auch, äh, frei rumlaufen, Und das ist derselbe von vorhin! Ja, gib ihm. Ich kann nicht sprinten. Geil. Ich fang ihn ab! War aber schlecht! Ja, ich kann nicht... Lass ihn laufen, lass ihn laufen. Er kommt nicht raus! Er kommt nicht raus! Was bist du für nutte? Der hat ein Goldschwert? Nein, Goldschwert. Loll, Loll! Renn weg, renn weg, renn weg! Loll, warum hat der Zombie in Graskopf? Alter, Hammer. Hammer übel. Oh, du bist tot! Ja, sicher. Ich will mich töten. Von dir. Nein, warte. Du stehst direkt neben mir und machst kein Damage! Geil! Ja, so bin ich halt nun mal, ne? Wollen wir das hier auch in die Outtakes packen oder als richtiges Game-Ding nehmen? Ja, richtiges Game-Ding. Okay, gut, dann starten wir... So, wo bin ich? Wo bin ich spawned? Äh... Lol. 1.500, 437. Warte, ich muss erst mal ausmaus spawnen. 1.400, hast du gesagt, ne? 1.500. 1.000... Äh, ich bin 1.000, und was war Z? 436. 436, ja, okay. Ähm... Ich komm dir so schräg entgegen, bleib erst mal da, oder? Also, ich bin bei X-1060, 64, 65, 66, und bei Z bin ich gleich auf, äh, 400. Okay. Siehst du so einen Kiesweg wieder bei dir? Noch nicht. Er ist auf, ähm, auf Z, ist der auf 450? Ja, seh ich, seh ich, seh ich, seh ich, seh ich. 450. Gut, dann komm ich jetzt noch... 1.400, 30. 1.400, 30. Ja, komm mal, äh, Richtung 1.000. Naja, benoffen mich. Und dann auf 456. Entschuldigung. Oh, ich muss mal kurz das Netzbuch wieder... End. Da vorne ist ein... Gebäude. Komisches Gebäude. Mit... Vielleicht was auch noch. Oh, ich... Find das Gamebob ein bisschen ziemlich. Oh, ich hab ein Zombie schon. Eternia ist wer. Hi. Alter, willst du mich verarschen? Du Scheiß-Wixer. Alter, die... Die geben mir schon. Alter, ich werd voll gefickt, Mann. Warum lauf doch mal! Nutte. Ich? Nein, ich werd gefickt grad. Ich seh dich. Lauf! Von dem... Von dem Player... Lauf! Voll die Zombie-Horde hinter uns, ey. Hinter dem Player hinter uns. Ja, der hat die Folge gesnackt, Alter. Hat der wie alle ges... Hat der Player dich attackiert? Ja. Ja, ich war grad in diesem komischen Holzgebilde drinnen. Oh, wie viel Leben hast du? Äh, fünfeinhalb. Lootest du? Ne. Guck mal, guck mal hinter mich. Ist der da immer noch? Du bist grad schneller und weiter weg. Lauf! Der wächst ja hinter uns her, ey. Lauf! Äh, ich kann... Du bist einfach hinter dem Baum stehen. Runter! Oh Gott! Ah! Das ist ne Treppe! Ne Treppe nach unten! Renn, Digger! Da war ne Holztreppe nach unten, ne? Loot, der ist auch noch gefallen. Lauf! Okay. Bleib mal hinterm Baum stehen. Hier, hier ist was... Lauf! 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 Die Zombies oder er? Zombies! Ohne Ende! Er redet auch grad weg. Redet der zu uns hinweg? Nein, der redet die ganze Zeit weg. Ich hab auch nicht mal eine Ahnung, wo du bist. Lass mal auf dem Kiesweg die Zombies slayen. Spinnert, man. Du bist voll gefickt, man. Ich lauf mal hinter dir her. Hier! Ich bin nicht hier! Das ist der... WAAA! Autsch, ich blute! Der haut dich, ne? Lass ihn bei den Zombies slayen. Wow! Wann kommt der Zombie zu mir? Ist der Zombie blöd? Oh mein Gott, er geht auf mich! Er geht auf mich! Lauf einfach nur! Nein! Ein Herz! Ich lauf Richtung, ähm... Ich bin auf 1035 und lauf Richtung... Äh, also Z lauf in Richtung 400. Okay, auf... Also auf 400. Ja, diesen Kiesweg läufst du, ne? Ja. Oha, ist der immer noch! Oder bist du das hinter mir? Ich bin hier noch, Leo. Echt jetzt? Naja. Nein, das war er! Loll. Boah. Jetzt lauf ich, jetzt lauf ich auf, äh... Z455 und X1000. Ich glaub, ich slay den jetzt einfach mal. Wurst, Digga, der hat schon viel genug Damage gekriegt von den hässlichen Zombies. Komm, vor hinten! Ja, ich hab ihn geslayt! Ja, ich hab ihn geslayt! Ich hab ihn geslown, geslown hab ich ihn. Der Geil, wo er hinter dir ganz viele Zombies... Gewesen. So richtig ganz viele. Hab ich gelesen? Hab ich gelesen, dass ich geler... Dass ich gesteben bin. Hab ich schon gesagt, hab ich gelesen! Du bist auch tot, echt jetzt? Wie? Bist du auch tot? Nein, ich lebe noch! Warte, weil ich spawne mal. Mal gucken, wo ich rauskomme. Ähm... Versuch mal... 1197, 527. Könnt' ich packen, ja, könnt' ich packen. Muss nur noch kurz mit der Hand drei Zombies slayen und dann... Mein Schwerd hat sich nämlich verduftet. Da! Da vorne sind... Ah, ich seh dich! Ah, lol! Du hast ja noch einen Spieler? Hinter dir? Warte, warte, den hohe ich mir. Autsch! Ahahahahaha! Läu, ich bin trocken! Hab ich gesehen. Ich geh auf den Spieler. Ich spawne auf. Verpiss' dich! Oh, ich bin minus 2000, ist ja ganz dolle. Kratz' einfach ab und dann treffen wir uns irgendwo wieder. Okay, Zombie. Hui! Du stehst mich grad kaputt. Yay! Oh, Mann, ey, das ist auch wieder richtig schöner Outtake. Das müssen wir auch rauskratten. Wir können nicht nachher sich zeigen, wie wir zweimal hintereinander nach drei Sekunden tot sind. Ne, wir haben seit einem Jahr dieses Starts irgendwie immer bei drei Sekunden abgekratzt. Irgendwie schon, ey. Bist du wieder gespawnt? Äh, ich bin schon lange im Game. Ich bin auf X minus 3000. Warte, warte, warte. Äh, mein Set spawn. Spawn. So, ich bin minus 150, 446. Oh, nee, Digga. Wo bist du? Minus 3000. Oh, Gott. Ach, renn mir schon mal entgegen. Oh, nee, schwimmen, vergiss' es. Ich geh mich kurz. Wir gehen uns kurz beide ersaufen. Ne, ich bin noch nicht so gut spawnt hier. Nein, wir gehen uns beide ersaufen. Okay. Huiiiiiii. Vielleicht tauche ich wieder auf. Ich so, oh Gott, das ist leidmeilig. Auftauchen. Ey, Bandage. Ey, ich werfe meine Sachen weg. Das macht dann immer den geilen Sound. Ach, wie das Ei aufeinander ist. Nicht? Nee. Jetzt riecht der Mensch. Ich schlag die Wasseroberfläche. Ach, gib ihm. Ich baue unter Wasser was ab. Das klingt da nicht so ganz nichts abbaut. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Da war ein Zombie neben mir. Okay. Slash mine. Sie spawnen. Jetzt. Okay, ich bin auf 1500 und 430. Ich bin minus 900. Naja, das ist schon mal weniger als vorher. Was, bist du 1000? Also, ich bin 1500. Ich renne dir entgegen auf dem Kiesweg. Ey, was ist dein Set? Äh, 385. 410. Ich renne dir entgegen. Ich renne auch so einen coolen Kiesweg. 410? 410, genau. Das ist mir auch kein Kiesweg. Ja, bei dir noch nicht. Ich bin ja auch auf x1300. Naja. Nicht rennen, ne? Ah. Okay, unterwegs noch ein Gebäude. Da oben ist wieder ein Gebäude. Was soll ich da hoch? Nee. Okay, jetzt gehe ich auf Z. Gehe ich auf Z Richtung 450. Gehe ich jetzt bei Z ungefähr. Keiner noch nicht. Bei mir ist nur Wasser rechts. Okay, ich bin Z jetzt 455. Und bei x bin ich schon auf 1000 jetzt. Also, richtig 1000. Bin auf 700. Minus. Okay, ich bin jetzt auf... Immer noch auf 1000. Eigentlich noch auf 1200. Aber das ist dasselbe. Dann goes down. Woho. Aha. Down. 450, ich denke ich jetzt auch. Gut. Ist da bei dir auch ein Kiesweg? Ja. Oh, Zombiefleisch. Gut. Dann rennst du mir entgegen und wir rennen in deine Richtung wieder weiter. Weil bei mir war der ganze Kiesweg dann einfach mal gar nichts. So, jetzt bin ich auf 1100. 500. 50. I'm in full chain. Ich glaube die Kettrüstung hat nicht mehr so viel Protektion. Da ist mir... Da kommt mir ein Spieler entgegen. Okay, ich slay ihn weg. Bei mir ist ein Haus jetzt auf dem Weg. Da gehe ich mal kurz rein. Ach nee, es ist eine Lampe. Ich umgehe ihn. Er lässt mich in Ruhe. Und ich las... Okay, er lässt mich wirklich in Ruhe. Okay, er dreht sich auch nochmal um. Okay. Wir haben uns um... Ummiten haben wir uns. Hansgrove, Witch, Vale, Campbell, Ostgrove. Das ist ein Gebäude. Das ist ein XT. Das ist eine Kiste. Komm mir entgegen, mein Freund. Das ist, wenn du mir entgegenkommst, ist rechts auf der Seite so ein kleines Kackgebäude. Ah, das ist da, wo ich letztens den Typ mecke. Playerzombie, Playerzombie, Pierre, 25 irgendwas. Ist mir doch egal. Ja, ich stale mich gerade mit einem normalen und einem Playerzombie hin. Eine normale Zombie. Wasserflasche ohne Schere. Oh nee, kein Playerzombie, kein Playerzombie. Komm. Wieso macht der mich schon wieder aus 300 Meter Damage? Ja, weil du so schlecht bist. So, hab den auch geslayt. Bei mir ist nämlich auch ein Haus auf plus 900 circa. Ist eine Village. Ein richtiges Dorf. Hier ist das Dorf, wo wir mal weggerannt sind von dem einen. Stimmt. Wir sind bei 370. Auf dem einen Tower ist keine... Oh. Ein anderer Player, anderer Player ist mir aus dem Weg gegangen. Aber ich ihm nicht. Leg dich nicht mit anderen an, wenn es so zu vermeiden ist. Oha, da betteln sich gerade zwei andere. Ich renne mal kurz ein Stückchen beiseite. Ja. Und da ist ein Zombie. Netter Zombie. Netter Zombie! Da vorne ist eine Brücke. Oha, der Zombie geht auf die los. Nee, er geht auf mich. Er geht auf die. Fuck. Da vorne ist ein Spieler. AFK, glaube ich. Da kommt noch ein anderer. Da hat mich noch nicht gesehen, der Spieler. Der andere. Ich verkacke gerade richtig. Oha, Player Zombie, Player Zombie, geh weg. Da ist ein Spieler, AFK, glaube ich. Da ist ein... Leute, das ist ein Dorf. Aber den hole ich mir. Da kommt ja einer entgegen vielleicht, wenn du Lester bist, da vorne. Ich sage gerade wen. Der AFK ist. gewesen ist. So, ich bin jetzt wieder auf dem Kiesweg. Hier sind zwei Leute, die von mir wegrennen, beide. Obwohl ich nur 2,5 Leben habe. Wo bist du auf X? Wo bist du auf X? Minus... Wow! 120. 120. Guck mal, Chat. Was denn? Der hat mir Headshot gegeben im Boden. Hä? Slash, mein, sie spawnen. Wie, bist du gestorben? Ja. Oh, nee. X minus 150. Warte, das ist gut. Das ist gut. Wo bist du? Ich laufe dich gerade entgegen. Minus 90. 100. Ja, dann musst du mal wieder zurückkommen. Naja, bin auf dem Weg. Da vorne bist du schon. Okay. Okay, ich sprinte nicht mehr. Wir gehen hier rechts. Wir gehen hier rechts. Ja, das ist... Pass auf, hindert ihr Spieler. Lähnen wir. Warte, nein, warte, warte, warte. Wir gehen jetzt hier. Lähnen wir, komm! Komm, 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 komm! Ich umkreise ihn. Das ist nicht der, der mich vorhin gekillt hat. Komm, meine Mutter. Normal, dass ich ihn verstanden mache. Dich haben wir, mein Sohn! Alter, warum... Warum klingt der kein Dänscher Typ? Weiß ich auch nicht, weil der kleinen Hecki... ...einen Hecki anhat. Pass auf, rechts sind ganz viele gewesen. ...und wir haben auch noch vorhin. Ja. So, Nutte, komm her. Kannst dich nicht verstecken. Bitch, please. Wow! 2 Zombies. Alter, alter. Alter, wow! Ich glaube, ich habe 2 Zombies auf einmal gekillt. Ohne 2-2-Player-Zombies. Komm mal rüber. Komm mal raus, 2-2-Player-Zombies. Bin doch schon da. Oha, Digger, ich dachte, du bist halt... Ich habe 4 Zombies gesnackt, ohne Schaden zu kriegen. Aber pass auf, da ist ein Spieler, da ist ein Spieler, da ist ein Spieler. Komm her in die Kirche, Alter. Alter, wo bist du da noch zu reden? Da. Bin in der Kirche. Ich gehe jetzt mal aus dem Smith raus. Oha, der Player, oder? Der Player. Oha, da. Bitch, fight. Komm her, komm zurück, komm zurück. Oha, drauf. Drauf, drauf, immer drauf. Pass auf, Zombies. Oha. Oha, ich habe keinen Schwert mehr. Ja, ich nehme ihn. Warte, ich bin schneller. Wie, wie, einfach mal das ganze Zombie... Links von dir, Zombie. Jo, habe ich gleich. Wie, wie, einfach mal das ganze Dorf schlägt, Alter. Noch ein Zombie, noch ein Zombie hinter euch. Ich snacking, ich snacking, ich snacking, ich snacking. Boah, wie wir das ganze Dorf weghauen, Alter. Lass mich reingehen. Weißt du, was ich an Zeug habe? Ich habe nicht viel. Ey, hier ist eine Gruft, ne? Komm mal rein. Bleib mal stehen, hier gibt es Zwischenlauf fallen. Ich glaube, ich sehe nichts, man. Oha, pass auf, wenn du irgendwo runter gehst, oder so. Geh du mal links, hier rechts. Nee, ich gehe geradeaus. Druckplatte, Druckplatte. Druckplatte, Druckplatte. Oha, was ist hier unten los? Oh, Kisten. Ganz hinten habe ich Kisten gefunden. Okay, in den Zwischenräumen ist auch nichts. Aha, Zombie-Kiste, Trap-Chest. Mal sehen, was der Zombie so droppt, wenn er drauf geht, endlich. Na, gar nichts. Ich mache von hier, warte, warte, ich mache hier auf. Okay, Bandage und Pfeile. Bogen, ich habe einen Bogen. Okay. Ich habe Pfeile, willst du beide Pfeile haben? Ja, Mann, drop die mal. Da kann ich alle wegbauen. Ähm, blutest du irgendwie, da brauchst du fressen. Nee, ich blute nicht, fressen bräuchte ich mal. Wie viel hast du denn noch? Äh, vier. Vier, warte mal, kann man Weizen so essen, versuch's mal. Nee, muss man sich craften. Okay, warte, da, da und da. Ich kann nicht auch sonst, ich habe jetzt Schere und, ähm... Ja, das ist noch nicht so richtig. Ich habe Schere und zwei Heeltränke, ne? Schere und zwei Heeltränke, das heißt, ich könnte dich jetzt auch verarsten. Naja, okay, komm, dann gehen wir jetzt... Warte, 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 warte. Hier lang, hier lang, hier lang. Komm hier hinter. Was, was meinst du passiert, wenn man auf die Druckplatten tritt? Nix, da war ich schon drauf, glaub ich. Auch hier, auch hier. Es sieht nix, komm, zurück. Ah, nee, war der andere Raum. Also, ich, äh, ich habe schon alle Räume durchsucht. Okay. Ich bräuchte aber ein Schwert, hast du noch ein Schwert? Ähm, ich habe nur noch einen Halbschrottes, deshalb müssen wir hier oben mal... Wie sieht die Spieler gerade aus mit Zombies? Nix, 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 nix. Ich boh ihn weg, ich boh ihn weg, ich gebe... Nein, lass ihn bohlen. Boos wichtig ist, das ist echt. Ja, da, ich habe den Schwert... Ach, ja, fuck, das war ja das... Ich habe den doch kein Schwert geduldet. Besser! Was heet noch live bei? Okay, ich habe jetzt auch kein Schwert mehr, ne? Ah, super. Pass auf, hier ein Zombie. Lass uns mal in die Kirche gehen. Hier in das linke Gebäude. Langsam. Ah, pass auf, ah, super, Zombie. Geradeaus ist eine Truhe. Zombie, hilf bei dir! Boah, die haben ja kein Damage gemacht. Ja, die sind teilweise echt verbar. Spring einfach um die rum. Lol, du hast mir den Zombie hingeschlagen. Ich will einfach zu in die Truhe gucken. Lol, Lederhahnisch, hellgruner Farbstoff und Apfel. Ja, nimm alles mit. Tom, das ist gerade eine richtig gute Runde, weil wir im Dorf einfach mal alle Player weggehauen haben, ne? Lol. Hinter dir, hinter dir! Dort. Warum? Weiß ich nicht. Und wie Spawn war? Ich versuche, hier die Zombies wegzuslayen. Bin dabei. So. Oh, ne, Sumpf. Oh, ne. Fuck. Bist du auch tot? Ja. Minus 3000 bin ich gespawnt, oh Gott, ey. Warte. Sumpf. Minus 700. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Okay. Let's go drink, äh, drunk. Meinst du nicht mal tief genug zu trinken? Ja, such dir einfach was Tieferes. Das geht nach hinten, stimmt irgendwo tief. Ah, hier. Hätte ich das jetzt überlebt, wäre ja noch ganz gut gewesen. Dann hätten wir uns wiederfinden können, ne? Alter, was wir da alles für'n Scheiß dabei hatten. Wir haben das ganz Dorf auseinandergenommen, ja. I'm at a bridge that joins the desert in Forest. Aha. Alter. Was ist denn? Weißt du, ich guck's nur meine Bierfleisch an. Steht drauf, 100%. Ich dachte, was? Ist da Bild von der Grafruite und da drunter steht natürlich. Ich dachte, 100% Alkohol. Na, sicher. So, schon wieder Sumpf. Mich verarschen. Minus 2915. Mein Wies. Boah, minus 2000. 1050. Nein, kannst auch vergessen. Ähm, ja. Ich hab wascher gefunden. Hey. Bata. Bata, 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 bata. Bata, bata. Ei, 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 ei. Ich trink' guter Wasser, Wasser. Oh ja, oh ja, gute Idee. Warte, wirf doch alles weg, das macht coole Geräusche. Oha, du kannst die ganze Zeit, kannst du die Geburt halten, das wird sich ja auch. Ach echt. Okay, ich, ähm, noch nicht spawnen, ich bin jetzt in der Spawn-Lobby. Ich auch. Ah, du hast keinen Scan, egal. Komm mit, wir machen eine neue Anmoderation. Nein. Okay, den Part nennen wir 1.5 Fail Part. Okay, warte, ich spawne und du spawnst jetzt. Nein, 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 oh, ich wollte erstmal eine Anmoderation. Ja, ich weiß auch eine Anmoderation, los geht's. Ich bin jetzt 2799. Warte, 3850, das passt, okay, aber warte, ich mach eine Anmoderation. Leute, das ist ein erstes Spiel, du willst mich verarschen. Jetzt. So, willkommen zum... Okay, ja. So, willkommen zum zweiten Part. Der letzte Part war 1.5, weil das mehr so ein Fail Part ist, wo wir immer im Stint abgekratzt sind. Und jetzt geht's wieder richtig los mit einer Kampagne, wo wir lange überleben. Was heißt Kampagne? Okay, naja. Ähm, wer ein paar Infos haben will zu dem Spiel, also wir zocken meinen Sie. Wer ein paar Infos haben will, guckt sich Part 1 des Let's Plays an. Wo bist du jetzt auf X, ne? X, 2831. Okay, ich komm dir entgegen. Das ist ein Spieler. Ähm, und was bist du auf Z? Z bin ich gerade 512. Ja, das krieg ich auch hin. Komm dir entgegen, also ich bin X, 3800 und Z, 6,000. Z 400. Z 400, 450. Der war ein Spieler, der wollte mich glaube ich nutzen, der Wichser. Ah, wie hat er gelassen. Wollte er dich, wollte er dich snickern? Schnickern wollte er, der wollte einen Snicker von mir haben. Da dachte ich mir, sonst wäre ich zu Diva, wenn ich keine kriege. Der, der wollte dich schleckern. Der wollte immer schleckern, Alter. So ein Pädoy. Schlecker, einmal hinten hier, das war ja renal. Okay, das war ja real. So, ich bin jetzt 2980. Ich hab ein Dorf gefunden, komm mal zu mir. Wo bist du denn? Ähm, ich bin X, 3700, ja 3700 circa. Ja. Und Z circa 400. Ja, okay. Warte mal hier so quer durch. Cool, Zombie im ersten Haus, wo ich reingehen will. Ach, ich renne einfach auf ihn zu und schnick ihn weg. So, Ruhe. Ich hab Essen gefunden für uns schon mal. Okay. Dat is huge. Dass in dem Haus noch ein Zeile tritt, das ist schön, direkt am Anfang erstmal ein ganzes Dorf für sich alleine zu looten. Loll, Zombies. Ich bin hier gerade jemand abgekratzt. Ich hoffe nicht, dass das ein Player war. Da hinten, was ich fühle. Hauptsache, ich renne erstmal von Meute in Zombies, aber die haben noch nicht gesehen. Oh, da bist du. Nee, das bist du nicht. Ich bin bei 3060. Oh, jetzt geht auch noch der hässliche Zombie auf mich. Wo bist du? Ich bin in dem Dorf, immer noch. So, der Typ ist vor mir weggerannt. Das heißt, ich nehme jetzt meine Bandage, hoffe, dass ich ihn noch irgendwelche Tränke finde und renne ihm hinterher. Welche Kolonade bist du? What? Ähm, X, X 3600, äh, Z 400. Ah, das passt ungefähr. Ich bin in so einem Dorf und Snicker hier gerade alles weg. Und da war so ein Typ und da bin ich erstmal kurz ihm hinterher und dann ist er weggerannt. Und jetzt bin ich nicht hinterher, damit wir uns erstmal hier treffen können und looten können. Ich habe bis jetzt Essen schon. Mehr habe ich im Moment noch nicht. Weil ich durchsuche gerade alles. Ich habe einen Goldapfel und ganz viele Healing Potions. Goldapfel? Krass. Goldapfel und fünf Healing Potions. Ne, doch, fünf Healing Potions habe ich. Krass, ne. Aber leider nur eins, ja. Egal. Da vorn ist ein Dorf. Ja, da bin ich drin. Dann ist das so ein Steindorf mit Leuchtturm auch. So ein Steinhausdorf mit Leuchtturm zum Beispiel drin. Hm. Hab ein neues Holzsperr und ein Schneeball. Der ist bei 3245. 32600 musst du, 32600. Ne, ich habe noch ein anderes Dorf gefunden. Na, dann loote du... Ah, Zombie. Loote du erstmal in deinem Dorf, kurz so weit wie du willst, wie geht. Loote bei mir alles. Scheiß, Zombie, verpiss dich, man. Okay, eins haben wir da. Dann loote ich mal das Dorf gerade eben. Ja, ich loote hier auch gerade mein Dorf. Mit einem riesen Leuchtturm, Alter. Mit einem riesen Leuchtturm mit einem Zombie drin. Ja, ich habe einen Braustand gefunden. Ja, Zombie, kick mich noch vom Leuchtturm runter. Egal, jetzt wohl meine erste ist, zu inventieren den Potion direkt schon mal. So, ich habe noch ein Holzschwert gefunden. Mehr jetzt leider nicht. Okay. Hier geht's hoch. Guck mal, Karthas. Wo wissen du jetzt? Welche Kordi? Ähm, 3234. Dein Dorf Steingebäude, weil das Dorf hier ist echt groß, wo ich bin. Ja, das ist ein Steingebäude. Ja, dann sind wir doch schon im selben Dorf. Dann looten wir erstmal da, wo wir sind. Das hat zwei Leuchttürme, sehe ich jetzt hier so weit. Keine Ahnung, ich habe noch kein Leuchtturm gesehen. Leute, nur nachfallen. Slayst du gerade einen Zombie oder so? Nein. Ich höre einen Zombie, aber. Irgendwas habe ich gerade so... Machen, weißt du, so... Das war ich. Wahrscheinlich, dass ich gerade runterfallen bin. LOL! Oh, habe ich mich gerade erschreckt, Alter. Schon wieder runtergefallen. Da fällt der Mensch. Och, Mann. Scheiß, Zombie will hier rein. Ist mir wieder... Digga, ich habe so einen Kack schon wieder. Das lockst du mir. Wie habt ihr schon wieder 4.000 Holzschwerter? LOL! Der ist eingebrochen. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ey, da hinten ist noch einer. Ah, scheiß Zombie ist bei meiner scheiß Tür eingebrochen, ey. Du bist bei der scheiß Tür eingetreten, Mann. Bezahl mir da scheiß. Hey, jetzt Slayn während deiner Kiste ist. Das ist richtig fiese Sache, Digga. Hm, mach mal. Was? Ich bin instant tot gleich. Isto egal. Fuck! Tot? Alter, wie stark war der? Dann hat er noch so ein instant healing. Oh, fuck. War so weit, Alter. Passt bloß auf, da wo du bist. Boah. So, ich bin minus 450. Das ist zu weit weg, oder? Naja. Ich bin hier nur Braustände, Alter. Ich bin eine scheiß Kiste. Ey, das hier wird schon wieder so ein Fail-Part, ey. Ja, irgendwie läuft es jetzt nicht, ne? Naja, also eben lief es richtig gut, aber dann war da dieser Typ, der einfach nicht draufgehen wollte. So, dann ertrink ich mal und diesmal wieder Nick nach oben und trink dabei ganz viel Water. 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 Butter of Water. Wasserfall im Haus. Oh, much better. Niklasi able drowned. Okay. Mein Sie, Spawn. Wo bist du noch gleich 3000 plus, ne? Ich bin um 100er plus. Null. Was ist deine Z, Cordy? 220. Okay. Da habe ich jetzt einen Weg von 3000 Blöcken vor mir. Das wird ja ganz dolle. Boah, vielleicht finde ich unterwegs noch ein paar Sachen zum Looten. Zum Looten? Oh, ich hatte schon wieder so viel Gehen-Kram. Ja, ich finde unterwegs noch was zum Looten, so wie es aussieht. Das ist eine Mildi-Deal. Nämlich ein kleines Gebäude mit Farm, mit Garten. Ich komme nicht mal entgegen, weil mein Dorf ist alle. Ähm, wo bist du? Ähm, x120. Ja. Und Z, ähm, 370. So wie es aussieht, hat das Gebäude aber keine Chests. Aber ein Zombie. Wie war die Z-Koordinate? Die Z war 360. So, hab ein Zombie weggehauen. Äh, so wie es aussieht, gibt es in dem Haus hier nichts zu belieben. Okay, ich komme mal ein bisschen in Richtung, äh, 3000 so, weißt du? Ich bin jetzt 150 auf X, das ist jetzt ein bisschen scheiße, aber laufen gehört zu meinen Z-Dazu, finde ich. Jetzt müssen wir in der Runde, müssen wir aber mal gut abschneiden, weil wir sonst wirklich schon wieder den zweiten nehmen. Können wir schon Part 1.2 machen, ey. Jetzt müssen wir ja noch die halbe Nacht und versuchen, einen richtigen, anständigen Part hinzukriegen, oder was? Ich habe einen Kiesweg, aber ich muss mir einen, äh, ich bin jetzt auf Z-450 circa. Da habe ich nämlich einen Kiesweg, aber ich glaube, der bewegt sich vielleicht in eine andere Richtung. Ja, da bewegt sich noch ein ganz kleines Stück nach, äh, 500 hin. Ich habe auch einen Kiesweg. Ey, da ist ein Player, den slay ich. Denk mal nicht, dass ich dich nicht sehe auf dem offenen Feld, Alter. Er schniegt erstmal so richtig hin auf dem offenen Feld, ne? Ja. Oh, nee, jetzt verblut ich auch noch ganz dolle. Oh, verblutest du da und? Was machst du denn immer? Leute, das ist voll der Watt. Den ist 3100. Noch ein Player zum Slayern. Oha, der hatte nur noch ein halbes Leben oder so. Der hat direkt einen Zombie gespawnt. Fuck! Mein eigener Player... Slay. Tot? Mein eigener Zombie hat mich geslayt. Nein. Da muss ich schon wieder warten, wo du bist. Oh, minus 300. Ich pack's nicht mehr. Ah, da. Ich gehe mal ein bisschen, äh, ersaufen und bin so lange schon wieder irgendwie auf Klu. Keine Ahnung, was los ist heute. Ja, ja, nur heute. Hochbaum. Oh mein Gott! Ich gehe mal ein bisschen zur Wüste, war. Also wenn ihr euch Mindset holen wollt, braucht ihr einen originalen Minecraft Accurrent und registriert euch dafür kostenlos bei Mindset.net. Und der Link natürlich in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch registrieren, könnt ihr euch die Server suchen, ob amerikanisch, Old Rube oder irgendwas. Wie ist denn Old Rube, äh, Server 5, wenn ihr euch mal Bock habt. Da sind wir nämlich meistens drauf. Genau, Server 5. So fame sind wir jetzt nicht, dass wir mit keinem zucken würden. Also wenn ihr mal Bock habt, Bockt habt, geiles Deutsch. Bockt habt, Bockt habt auf jeden Fall. Wenn ihr mal Bock habt, boah, schon. Wenn ihr mal Bock habt. Genau, dann könnt ihr ihm auf YouTube eine Nachricht schreiben oder uns auf YouTube eine Nachricht schreiben. Und wir werden uns wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich dann mal melden. Auf jeden Fall. So, was ist ein Lieferdokument? Maisie, äh, Maisie. Maisie, ich glaube so langsam hört's aber auch Filmdeutsch. 2.000! Ich bin 2.000! Yay, nur 4.000! Glückabend! Ah, ist ja nix, ey, ist ja nix, ey. Ja, ich geh mal wieder ein bisschen... Ich glaub einfach dumm durch... Leute, hier liegen XP. Unter Wasser. Ja, bei mir auch. Wahrscheinlich in den Spieler getrount. Hust, hust! Ups! Maisie, der... Oh, ich werf doch was weg, dass es coole Geräusche von sich gibt, wenn man's wegwirft. G-Mein-Sie-Spawn. Jetzt hab ich's aber richtig hingekriegt, das zu sagen. Oh, 2.600, das ist was Gutes, oder? Mhm. Ähm, was bist du auf Z? 2.600. Auf Z? Ne, 2.521. 521, okay, ich bin auf 500, komm mal auf 500 und ich komm in 2.000 Richtung hin. Okay. Ich seh'n Leuchtturm, den geh' ich erstmal looten. Oh, ist da das Dorf, wo ich vorhin war wieder? Sag jetzt mal, dass das das Dorf von vorhin ist. Pass auf, Tommy, links. Siehst du mal, siehst du mich? Ich bin ja die Drampe. Okay, wir gehen jetzt zusammen, nicht einzeln looten. Auf keinen Fall. Leuchtturm zuerst. Da ist ne Kisse. Leuchtturm zuerst. Ja, genau. Eissenschaufel. Damit können wir Gräber öffnen. Kammer, geil, ja. Okay. Das ist natürlich jetzt ne Richtlinie angelegt. Nur sneken. Warte mal. Ja, achso. Sneaken? Sneaken. Hier oben ist nix, das ist ganz schnieke hier oben, da ist nix. Okay. Sneaky ist einfach mal nicht beim runtergehen. Ey, ich fühl' Geräusche, Kampfgeräusche. Ist noch nicht von mir. Ich glaub rechts von uns, oder? Ja, rechts von uns sind ein Spieler. Der sieht uns, der sieht uns, der kommt hoch. Kommt hoch, der hat ein Diamantschwert, glaub ich. Warte, nein, der hat ein Eisenschwert. Und ne komplette Rüstung. Auf ihn! Er rennt von uns weg! Der ist wirklich ein Dier. Ne, ein Eisen, 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 Eisen. Let's go on the sky, hier. Natürlich. Und wieder ich. Alter. Gehst du noch? Ja, ja. Und bin tot. Okay, dann... Ja, würd' ich mal sagen, machen wir hier nen Cut, würd' ich mal sagen. Ja, dann ist das schon mal Part 1.2. Ach, scheiße, aber ich mach mal Part 2. Komm, ich auch in unseren Aufnahmeraum. Ja, dann machen wir gleich Part 3. Hm, nix, ey. Ich hab' noch ein bisschen Bock, Bettelfin zu zucken. Ne, wir machen Part 3. Büsst du denn. Achta, da stehst du auch noch da oben. Ich... Ich drone, warte. Ich verkracke. Mach' jetzt Part 3, weil wir jetzt endlich mal nicht andauernd abkratzen gehen. Ne, ihr habt keine Lust mehr. Oh, ne, Junge. Über 3 Stunden durchgehen aufzunehmen ist echt schon ein bisschen heftig. Aber du stehst sogar schon in der Aufnahmeposition. Ne, ist auch auch der Abnahme. Komm, mach. Die Game wird nie langweil, ich mach jetzt. Okay, Leute, das war's für heute. Ich wünsche euch heute trotzdem ein bisschen Spaß. Ich wünsche euch wunderschönen Tag und sagt von mir aus schon mal Ciao. Haut's da rein. Bis nächsten Part.